Ja, ja, so ist es richtig. Der feine Herr macht sich bequem. Wahrscheinlich hat ihn das Golfspielen so richtig angestrengt. Und das? Soll ich das wegräumen? Ich denke überhaupt nicht dran. Ja, da schauen wir. Ich würde mich auch gerne mal ein paar Minuten hinsetzen und ausruhen. Aber kann ich mir das leisten? Nein, ich muss ja die ganze Hausarbeit erledigen. Allein, egoistisches Arschloch! Frau Schröder, Sie werden schließlich dafür bezahlt. Sie sind meine Putzfrau.